Du, ich glaube, ich habe sie doch vergessen. Sag das noch mal. Ich habe sie vergessen. Okay. Dann fährst du jetzt nach Hause und holst sie. Ich kann doch jetzt nicht nach Hause fahren und sie holen. Was soll denn dein Vater und deine Mutter denken? Ich weiß nicht, was du kannst oder was nicht. Ich weiß nur eins. In den Schuhen gehe ich nicht auf das Fest. Weißt du was, wenn du immer so unzufrieden bist, ja? Dann nimm doch deinen Koffer und pack deine Scheiß allein. Jetzt sag ich dir mal was. Das Packen ist allein deine Sache. Und zwar jedes Mal. Und du hast nur darauf zu achten, wo diese verkackten Schuhe sind. Halt die Klappe, verdammte Scheiße. Du bist schuld, dass wir hierher müssen zu deiner verpisten Familie. Wir fahren auf den Geburtstag von meinem Vater. Und du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ist das klar? Und von Frauen? Naja. Das wird ihm alles nichts helfen. Weil sie gewinnen. Ja. War ihr Selbstvertrauen auch so groß, als Herr Schwarzer noch im Rennen war? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Sie haben also auf ein Favoritensterben gehofft? Ja, klar. Aber nicht im wörtlichen Sinne. Letztendlich ist der zweite Platz ja auch nicht zu verachten. Nein, nein. Überhaupt nicht. Aber mit dem ersten Platz fährt man immerhin zur Trophäe nach Reims. Und dann gibt es ja noch weitere Geldwerte-Vorteile. Beraterverträge, Eventhonorare, Werbung. Wer war eigentlich der Mann, der gestern Abend die ganze Zeit um Sie herum war? Meinen Sie jetzt den Herrn Tilt? Ja, genau. Tilt. Er ist Produktmanager eines Buchverlages und möchte demnächst eine Weinsammler-Edition herausbringen. Ich soll dafür schreiben. Dann hat er ja großes Interesse daran, dass Sie gewinnen. Dem Mann kann geholfen werden. Ich soll dafür sagen, dass Sie das nicht mehr tun haben.